Servus Leute, zurück zu Let's Play Crisis Core Union. Das letzte Mal haben wir gegen Anjil verloren und sind gestürzt. Hooray! Nicht mal. Heaven? Nicht ganz. Es ist eine Kirche. Hm? Ein Engel? Nein, ich bin Aerith. Du fallst aus dem Skye. Hä? Ich habe Angst. Also hast du mich? Nicht wirklich. Hallo? Das habe ich alles. Vielen Dank, Aerith. Ich bin Zack. Ich habe dich irgendwie verabschiedet. Keine Ahnung. Nein, nein. Hm. Aha. Hey, wie ein Date? Was ist das? Ja, nicht so schrecklich. Ah. Ah. Was ist das? Ich bin jetzt. 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 Hm. Aerith. Heilwelle. Ah, ja. Ja, ähm. Sorry für den spontanen Einstieg. Ich dachte mir einfach beim letzten Mal. Das war auch beim letzten Mal ein spontaner Abschluss. Ohne Verabschiedung und so. Ich dachte mir einfach, das war ein perfekter Cut. So für Cliffhanger so in etwa. Was passiert als nächstes? Dementsprechend. Wir sind jetzt in Mission Nummer 4. Nachdem wir beim letzten Mal mit Sephiroth in Makoreaktor 5 waren. Sephiroth und Genesis sind aufeinander gestoßen und wir sind auf Angel getroffen, haben uns geweigert gegen ihn zu kämpfen und er hat den Boden unter unseren Füßen zerstört und wir sind gefallen. Und scheinbar ähnlich wie schon damals oder wie einige Zeit später in Final Fantasy 7, Cloud ist auch Zack hier in die Kirche gefallen und Aerith hat ihn getroffen. Eine jüngere Aerith. Verlasse die Kirche. Mails. Äh, wieder Hinweise, kein Postank. Ah, neue Information. Rauben. Meister der Gegenstände auf Master. Das haben wir aber noch nicht. Und Analyse. Gravica und Analyse. Äh, Gravitas und Analyse. Stehlen. Okay, wir brauchen erst Stehlen. Das können wir dann... Das wäre dann schlecht, echt. Das wäre dann schlecht, wenn wir das Stehen bekommen. Aber dazu brauchen wir erstmal die... Diese Sachen. Also kriegen wir immer Tipps, was für Kombinationen hier machbar sind. So. Die Kirche. Okay. Ja, beim letzten Mal kamen die Turks hier an. Hehehehe. Der Exit? Die Tür. Hm. War logisch. Ich bleib noch etwas. Schau an die Flower. Hm. Hm. Ach, ist sie süß. Da bist du minderjährig. Ich glaub... Wie alt wird sie da sein? 13 oder 14? Der Missionskatalog wurde erweitert. Ach du Schande. Mit billigen Missionen auch noch. Na gut. Die muss ich dann... Mal offscreen angehen. Hm. Aber jetzt... Gehen wir einfach. Hm. Du weißt doch gar nicht wohin. Hm. Hm. Ich weiß nicht. Du willst nur mehr Zeit mit mir spenden. Ja. Hä? W- Hehehehe. Offenheit ist meistens ein Chiller. Wir sind unter der Platte, oder? Sektor 5. Die Slums. Ja. Mainstreet ist über... ...diesen Weg. Es gibt viele Leute. Und du kannst oben gehen. Ah. Na gut. Ich sollte gut sein, wenn ich es da mache. Okay? Leid den Weg. Okay. Let's go. Zum Markt in den Slums begeben. Okay. Vielleicht gibt's ja Materia. Ah. Shinra Newsletter. Zeck 4 wird mit so einem Rang 1 Soldaten befördert. Ja, das ist schön. Zum Glück gelte ich nicht als Missing in Action. Hm. Ja. In Final Fantasy Advent Children. Vielleicht. Oder am Ende von Final Fantasy 7. Schrott. Da bräuchte ich Eis, oder? Die sind Eis. Die sind Feuerviecher, genau. Siegelklo. Ich hab gar nicht bemerkt, dass er mich getroffen hat. Du bist großartig. Du bist großartig. Großartig. Wie ein Monster, oder? Zack? Was ist falsch? Nichts. Jetzt... Let's move. Hey. I looked good, right? Hmm. Hmm. What? Dunno. Come on! Flatter me! Alright, Zack. Let's go! Uh... Hello! Die Leute, die aus den Slums kommen, fallen in eine von zwei Kategorien. Sie lieben either Shinra, oder idolieren sie ihn. Ich bin der dritte. Ein Tag find ich mich als Shinra-Exekutiver und lebe das gute Leben. Gold-Digger hier unterwegs. Hey, warte! Ja, du warst doch grad neben mir. So, hier sind wir. Ja. Was ist falsch? Die Slums. Sie sehen wie in einer anderen Stadt. Natürlich. viele Leute leben hier. Hey! Innerhalb dieser Garten ist ein Markt. Es gibt so viele große Schöne da. Hmm. Und dort vorne ist ein Nebengefest. Moment. Ja, doch. Nebenereignis. Kunzel. Holländers T-Shirt. Hab mir sagen lassen, dass das Lieblings-Shirt von diesem Holländer das Logo der berühmten Bonora Apfel-Komport-Dosen zieht. Ob der Typ wirklich so versessen auf Äpfel ist? Oder hat er auch seine Finger bei dem Spiel, was in Bonora abging? Seine Arbeiten in der Forschungssituation waren regelmäßig Disaster. Abteilungsinternen Machtkampf unterlag er, wurde auf einen bedeutungslosen Posten runterbefördert und hat sich sicher einen tierischen Hals auf Shinra. Ja, aber da er Firmengeheimnisse kennt, werden die ihn auch nicht kündigen lassen. Hm. Ob das T-Shirt ihm wohl als Stressausgleich dient? Okay. 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 Das ist eines dieser Tatien. Bied, wenn du uns zurückkommt? Was passiert? Nein. Also, ich warte für Uncle zurück. Sie sagten, dass es viele Monsters gibt, direkt außerhalb Midgar. Also, Uncle ging mit ein paar Menschen, und hat Midgar verlassen, um diese Monsters zu spüren. Und er hat nicht zurückgekommen? Er ist zurückgekommen! Wenn ich hier immer warte, muss er... Uncle ist eine wirklich schöne Person. Als ich ihm sagte, dass ich ihn für ihn wollte, einen Tag kam, er rief und sagte, okay. Wenn du glaubst, wird er zurückgekommen. Ich weiß es. Ja. Ah ja. Oder ich kümmere mich in einer Nebenmission darum, dass er wieder zurückkommt. Moment, geht's da nicht lang? Nee. So, Aerith, dann gehen wir doch mal shoppen. Vielleicht gibt's da gute Materie. Es ist ziemlich gut hier. Du bist okay? Oh, ich weiß warum. Es gibt kein Sky hier. Wir brauchen... ... den Sky. Du bist immer unter dieser Platt. Du normalerweise vermisst du den Sky, nicht? Entschuldigung, ich bin nicht normal. Wie ist das? Der Sky... ... mich gefährdet. ... wie es mich machte. Wie es mich machte. Es ist lustig, nicht wahr? Ich weiß es. ... 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 Okay. Ach, Erdbrill. Du standest doch daneben. Wurden wir bestohlen? Wir wurden bestohlen. Wurden wir? Wurden wir? Wurden wir? Wurden wir? Meine Warte ist weg! Oh nein! Das kleine Brat! Er hat nur meine Warte! Erdbrill, warte hier, okay? Ich werde nach dem Mann und zurückkommen. Bruno ist... sein Name. Bruno? Du kennst ihn? Ja, ich weiß ihn, nur ein bisschen. Er macht nicht so Dinge. Aber... Wenn er wirklich von dir hat, bin ich sicher, dass er ein guter Grund hat. Hey, ich gehe nach ihm. Zack, warte hier. Hmm... Okay, ich warte hier. Aber ich bin ziemlich ansied. Ja, ich weiß. Genau. Ist das klar? Ihre Schuhe sind nicht die bequemsten, um hier zu laufen, oder? Ziemlich gefährlich. Ziemlich gefährlich. Ziemlich gefährlich. Ziemlich gefährlich. Ziemlich gefährlich. Ich werde ihm eine gute Schuhe geben. Hmm... Und was machen wir in der Zwischenzeit? Kniebeugen! Jawohl! Ach... Das ist es! Es ist meine Schuhe, die wurde stolen. Ich werde auch für Bruno suchen. Ich glaube, er ging da hin. Ich glaube, er ging da hin. Tja... Wenn ich bloß Geld hätte, ja? Tja... Wenn ich bloß Geld hätte, ja? Ja, ich bin ziemlich beschäftigt. Ich muss mein Geld wiederfinden. Willkommen, Shop! Oh, wer bist denn du? Du... Du! Oh, nein! Keine Ahnung. Ich bin nur... ein Shinra-Trooper auf der Patrol. Stimmt, theoretisch. Damals, Cloud... Die hätten doch Angst vor ihm haben müssen. Stattdessen wurde bei Final Fantasy 7 gleich am Anfang ja eben angegriffen. Guckt er was machen? Hab ich noch eine neue Post? Liebe Soldatmitglieder, ich danke euch für eure täglichen Mühen. Im Schatten von Midgar, das auf einer gigantischen Plattform in der Luft schwebt, liegen die Slums. Ärmliche Wohngebiete der einfachen Bevölkerung. Sie sind ein Teil der Kehrseite Shinras. Berichten zufolge sollen Kinder, die diese harte Gegend ihr Zuhause nennen, sich dort zu Gangs zusammenschließen. Wenn wir diesen Umstand ignorieren, wird sich das sicher auf das künftige Wachstum von Shinra auswirken. Ich hoffe, dass wir Soldatmitglieder uns erheben und mit dieser Kehrseite auseinandersetzen. Okay, Lassard will, dass wir hier in den Slums ein bisschen verrechnen und ordnen. So und... Na, mach mal, nachdem wir gespeichert haben. Kapitel 4. Ich glaube, das Spiel besitzt 10 Kapitel, wenn ich das richtig gesehen habe. Nehmen wir mal kurz vorgeschaut, wie viele Kapitel es so gibt. Und von hier? Hey, du da! Ein Kind kommt nachher? Ein kleiner Junge? Ein kleiner Junge? Ich weiß nicht. Obwohl, die Kinder nie immer nachher kommen. Ich verstehe. Du hast deinen Pucket gekauft, oder? Ja? Das passiert hier immer alles. Aber du wirst einen schweren Zeit finden, den Thief auf deinem eigenen. Frag die Leute hier gut und sie können dir helfen. Ja, das ist ein guter Punkt. Genau. Ich frage mich hier. Zum Anfang. Hey da! Ich suche jemanden. Ein kleiner Junge. Nämlich Bruno. Ja! Ich kenne Bruno. Du möchtest ihn schlecht finden. Ich bringe ihn hier für dich, okay? Du möchtest? Ja. Bleib hier. Okay. Ich warte. Das wird jetzt bestimmt eine Katze oder so ein Zeug. Irgend so etwas Schwachsinniges. Ich geb ihr noch etwas Zeit. Ich geb ihr noch etwas Zeit. Ich geb ihr noch etwas Zeit. Zuerst langsam. Ich geb ihr noch etwas Zeit. Ja. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja nichts besseres zu tun. Also gebe ich hier Zeit. Es ist schief, dass ich hier jede Menge Zeit gebe. Bruno ist schwer zu finden. Nach zehnmal höre ich auf. Das müsste das zehnte Mal gewesen sein. Oh! Es ist nach zehnmal passiert was. Hä? Hey! Das ist der Kind, der... Oh nein. Du sprachst zu schnell. Du weißt, ich war gerade ihn zu treffen. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Komm schon, Mann. Zack! Hey, Aerith. Hast du ihn noch nicht gefunden? Noch nicht. Aber gib mir Zeit. Bitte? Hey, Entschuldigung. Ich schaue einen kleinen Mann namens Bruno. Ich habe ihn nicht gesehen. Er sieht so aus. Ich habe ihn nicht gesehen. Warte, ich habe ihn gesehen. Wirklich? Daher, denke ich. Daher? Ja, ja. Daher unten! Great, danke. Hey! Warte, er ist bei dir vorbei! Mh, mh, mh. Hey, Frau. Was gibt's? Mh, mh, mh. Haha, ich wollte nicht zu schützen. Ich habe einfach wirklich schlechte Augen. Mh, mh. Komm schon, Mann. Ich glaube, ob Aerith noch schaut. Alles selbst. Die sind alle auf Brunos Seite, diese Ratten. Ich sollte sie alle abschla- Ne, machen wir nicht. Mh, mh. Mh, mh. Mh, mh. Mh, mh. Mh, mh. Irgendwie habe ich dir keinen Vertrauen. Aber du musst mir eine Potion in exchange geben. Du bist ein Bruder? Du kannst nichts für nichts bekommen, Herr. Aber glaub mir, meine Information ist gut. Gut. Irgendwie habe ich dir keinen Vertrauen, aber... Go for it. Danke. Oh, hey, er ist gerade hinter dir, Herr. Tom? Was gibt's? Er ist weg. Mh, mh. Hey, wenn du weißt, wo du gehen möchtest, sag mir. Hä? Ich habe dir nur ein paar Informationen gegeben. Wenn du mehr wissen willst, gib mir ein anderes Item. Gib mir einen Break. Noch ein Halt rein. Danke. Oh, schau! Da! Wirklich? Ich werde hier sowas von ausgenommen. Das ist sowas von klar. Wo? Aber ich spiele das Spiel mit. Hey, Kind. Das war nicht die Information, die du mir einfach verholt hast, war es? Hey, du bekommst schnell. Sind du bereit, noch mehr zu kaufen? Haha. Zack ist ein Musclebrain, also... Danke. Oh, schau! Da! Wirklich? Ich glaube, die Kinder haben es nötiger, als ich diese Heiltränke. Hey, Kind. Das war nicht die Information, die du mir einfach verholt hast, war es? Hey, du bekommst schnell. Sind du bereit, noch mehr zu kaufen? Ja. Nicht auf deinem Leben. Komm schon, Mann. Oh, ich sehe. Ich komme zurück. Hey, Aerith. Zack! Hast du ihn noch gefunden? Ähm... Nein. Aber... Gib mir mehr Zeit. Ich finde ihn. Du musst nicht da und zurückkommen, wenn du keine Infos hast. Oh, Moment, da ist jetzt eine Hauptquist. Ich will trotzdem alle noch kennenlernen. Entschuldige mich. Okay. Okay. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er! Hey, Herr! Das ist er! Das ist er! Er ist weg! Er ist weg! Well, wenn er es nicht benutzt hat, hat er keine Chance. Du auch! Du hast ihn nicht versucht, ihn zu holen. Komm schon, jetzt! Das ist überhaupt nicht wahr! Komm schon, Mann! Und... Zack! Hey, Aerith! Hast du ihn noch gefunden? Das ist keine Antwort auf meine Frage. Hast du ihn gefunden oder nicht? So, der letzte noch. Machen wir die Charade zu Ende. Willkommen! Was brauchst du? Nein, ich bin nicht kaufen. Alles klar. Ich schaue einen Kind namens Bruno, der meine Wallet genommen hat. Vielleicht hast du ihn gesehen? Warum gibt es immer diese Totale? Er sieht so aus. Ich habe ihn nie gesehen. Aber ich werde einen Augenblick halten. Du bist der Mann! Ja! Danke! Wo ist er? Da ist er! Hey, Herr! Das ist er! Mach ihn! Woah, woah! Dieser Mann ist ziemlich schnell. Hey! Was ist das Problem? Er ist weg. Ja, Entschuldigung. Ich bin wirklich nicht so schnell auf meinen Fuß. Du hast keine Intention, ihn zu schießen! Nein! Das ist überhaupt nicht wahr! Komm schon, Mann! Ich wundere mich, ob Aerith noch immer zu schauen. Alles bei dir selbst. Na, sie hat jetzt schon ihn gefunden. Oder es geht auf jeden Fall weiter. Das war ja... Das war ja grausam hier. Ja. Erith, wie geht's dir? Zack! Haha! Es gibt keine Chance, sich zu fühlen. Es ist einfach schlecht. Hey! Warum nicht wir zusammensehen? Aber... Ich will ihn nicht nur auf ihn hoch. Ich versuche ihn, warum er das hat. Ich versuche ihn, warum er hat. Und ich will ihn, wenn es für eine gute Sache ist. Echt? Ja, wirklich! Ok. Wir schauen uns. Ja, aber wir haben noch keine Leads. Der ist die ganze Zeit überall hier. Wohin? Suche das Kind. Wo könnte er sein? Könnte er hier irgendwo noch sein? Tada! Tada! I found you. Woa! Okay. No more running. Finally. All right. You know what you did was bad, don't you? You should never steal from people. Zach? It... Because it's very, very wrong. Now, tell me why you did it. None of your business. What are you... Bruno. Did you really steal? Yes. I see. So, why did you do that? You know, Aerith believed in you. No matter what I said, she insisted you're a good boy. You can shut me out, but tell Aerith the truth. Do you need money? Tell me why. I need medicine, but my wallet was eaten by a monster. Was, a monster? That's why I took this guy's wallet. Look, I thought, if he's your friend, he might give me a break. Bruno, this was bad. You know that. Don't do it again. Okay. Okay. Good. Now we're friends again. Zach, you agree? You believe in him, so... Yes. Thank you. Sorry. But you need medicine, right? Yeah. It's for my grandpa. Natürlich bezahlen we the medicine. Huh? Really? Zach, are you sure? Yeah. And that's what I'm going to buy. Okay. Thanks, so... Wait! It's no good! There's not enough here! Seriously? Okay, I'll get your money back from the monster. But it's dangerous. Don't you worry. Monsters around here are cake. Mm-hmm. Okay. But I'm going too. No, it'll be fine. Just let me handle it. Stay here and wait with Bruno. The monster should still be on the path that goes to the park, I think. Here's your wallet and money. There was only a little money in there to begin with. I didn't spend any. Okay, okay. I got it. The park is... This way. Hey, you! Get back inside the gate now! Hmm? Monsters! Coming out of the park in droves! The park? All right. That's got to be them. It's not all right! Everyone's fled! It's dangerous. You have to turn back now. Sorry, but... They owe me some money. So I have to go over and collect. What... What the hell are you talking about, Guy? Relax, relax. Don't worry about me. You know, you should get behind that gate yourself. Genau, wir wären schon mit den Monstern fertig. Komm her, ihr Geier. Gib mir das Geld zurück. Ah, ihr Maden. Ich wusste es. Bruno's Wallet? Here I come. Wer von euch hat sie gefressen? Ihr Würmer. Oh, hier sind wir. Ein Wallet. Das macht schon? Ist das Geld noch... ...inhalb? Wow! Das ist viel mehr als ich habe. Hahaha. Hahaha. Na, er muss halt besser arbeiten. Hm. Thanks, but... You've got bigger money problems than me. Well, maybe so. But hey, just you wait. Aerith and I? We're gonna make a fortune. Huh? We're launching operation Midgar full of flowers, wallet full of money. Yes, Midgar full of flowers. And wallet full of money. Aerith, for real? Yeah, for real. That's why, if you're in trouble, we can help you. Alright, I'll come talk to you. Okay, mister. Aerith, thanks. Hey, Zack. Did you mean it? Selling the flowers? Of course. There's no turning back after this. I know. Let's make a wagon. A wagon? Yes, a flower wagon. With a wagon to carry lots of flowers? You could sell them all over Midgar. Hm. Oh, not feeling it? No, no. It's great. Let's do it. Okay. 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 Das war wieder ein interessantes Abenteuer hier in den Slums. Gut, dass wir hier gut angekommen sind. Und, äh, ich hab keinen Plan, wie's hier weitergeht. Hat, äh, hat Zack keine Sorgen, dass er vermisst wird, vielleicht, von Safi Roth oder so? Hm. Oder jemand ihn Missing in Action melden will? Hm. Keine Ahnung. Wir werden's vielleicht beim nächsten Mal rausfinden. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.